Halli, hallo, hallöchen, Freunde, der NRW über 18 hier. Ich begrüße euch zum nächsten Teil von Shaman King 2. Ja, es hat etwas länger gedauert, weil ich hier auch gar nicht wusste, wo es jetzt hier weitergeht. Ich hing hier, in diesem Level hing ich fest, da kam ich irgendwie nicht weiter, da hab ich mir die Zähne ausgebissen. Hier oben brauchen wir die Totem Attack, da oben ist Wasser und hier unten war ich einfach zu doof. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ich bin aber Gott sei Dank dahinter gekommen und jetzt zeige ich euch mein Ergebnis. Und zwar haben wir hier, ja, dieses Problem, ne, wo, warum auch immer ich da nicht weitergemacht habe. Das verstehe ich bis heute nicht, denn wenn wir, zack, tja, und so einfach geht das, Freunde. Warum ich das, aha, warum ich das nicht sofort gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Und hier finden wir dann auch, oh, 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 oh. Ja, da wird jetzt hier ein bisschen knifflig. Denn, weg, 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 weg. Da ist der blöd, haha, so, ähm, ja, hier kriegen wir jetzt noch... Ah, perfekt. Charlos und Ciao. Wow, also wie gesagt, diese ganzen Geister, also die hatten wir im, äh, in der Serie nicht. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen ist jetzt die Frage... Da. Stacheln explodieren beim Aufprall. Mhm. Faszinierend. Gut. Hier wollen wir aber nicht lang, denn wir wollen hier oben lang. Dann wollen wir, oh, 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 in Sicherheit gehen. Ja, schön festhalten. Und hier oben, dam, dadadadam, da, da kann man es schon sehen, haben wir endlich den Silberflügel. Ach, Gott sei Dank. Ja, und wie gesagt, warum ich hier nicht weitergegangen bin, Freunde, ich habe keine Ahnung. Vielleicht war mir das am Anfang mit Kluid, mhm, zu schwierig. Oh, wei. Kacke. Und jetzt gleich bin ich kaputt. Oder? Naja, ich habe leider nichts mehr zum Futtern. Aber ich war gut da... Hier sind wir jetzt auch angekommen. Zack. Ei, 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 ei. Warum blink ich denn immer noch so komisch? Oh, wei. Okay, bis hierhin hatte ich dann gespielt. Okay, und das war dann ein Satz mit X. Nein, was machst du denn da? Blöd, Mann. Ey, was macht der da? Ach, das ist doch Conchi. Ah, okay, und da geht es weiter. Okay, 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 kriege ich hin, kriege ich hin. Nein, schon wieder der falsche Geist. So, das ist Klui. So, jetzt warten. Ach, Mann. Ja, Homie, homing. So. Aha, geschafft. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Freunde, wir sind weiter. Endlich. Oh, das ist gut. Können wir davon... Nur ein Hamburger, okay. Natürlich. So, äh, Spice-San, Spice-San. Weiter geht's. Das ist so schön, dass es jetzt hier endlich weitergeht. Oh, das war einfach. Ah, ich hab sie im letzten Moment gesehen. Nein, 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 nein. Das ist... So haben wir nicht gewettet. Drecksack. Kommt her, ihr Schnucki-Wuckis. Ha! Nicht mit mir, du. Oh, 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 oh. Hep. Ziemlich weit draußen. Und hep. Diese Blutsauger-Fledermäuse. Ah, okay. Lulipalong, da hatte ich einen. Das Einzige, was ich noch schade finde. Okay, da gibt's... Nein, nix. Dass wir in einem Level, wo ich, ähm, ja, oder noch Schluss gemacht habe, da gab's einen Schutzgeist. Und, ähm, da weiß ich nicht, wie ich da dran komme. Also, ich hatte versucht mit Chloé, da hoch. Das geht auch. Zwei Stück. Allerdings, äh, dann ist Feierabend. Ja. Leider Gottes, deswegen hoffe ich mal, dass ich da noch an den Schutzgeist rankomme. Und in einem Upgrade vielleicht. Oh, komm, komm, komm. Ach, er nur wieder. Zack. Ich glaube, von dem hatten wir am ersten Teil auch irgendwie einen Schutzgeist oder so bekommen. Kann ich mich aber jetzt auch vertun. Ah, ein Schatz. Oh. Drecksack. Drecksack. Ach, ne, so geht das doch nicht. Hallo. Ja, ist klar. Na. Komm, steh auf. Ha. Hatte ich nicht. Ja. Wat? 140? 100... Ach, ne. Ha. So. Komm, komm, komm. Und weg. Ah, das hält immer so auf, Freunde. Einen noch. Keinen noch. Ha. 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 Noch. Ha. Kommst du nicht rein? Ha. Ha. Schön, schön. Äh. Wow, 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 wow. Was? Drecksäcke. Das war's jetzt? Nein, immer noch nicht. Aha. Als wenn ich's gerochen hätte. Okay. Ich komm jetzt hier keine Fol- Ich wusste es. Mann, ey. Ach, er nur wieder. Ah. Okay, naja, bis... Jetzt... Wow. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt geht's ja noch. Okay, hab ich gesehen. Was zum Geier ist denn das? Äh, wieso geht der Ding denn nicht kaputt? Das Ding geht nicht kaputt. Okay. Was auch immer du bist. Ich habe keine Ahnung. So, Shop können wir wahrscheinlich... Doch, können wir wohl. Ähm, zwei Hot Dogs. Thank you, thank you. Please come again. So, das... Das... Und weiter geht. Oh, ist das schön. Nein. Tau rennen. Quatsch nicht, yo. Kämpfe einfach. Na, super. Oh, la, 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 la. Okay. Ach ja. Ne. Ach, kacke. Ja, ist klar. So ein Kack. Wow, was ist das? Was ist das? Okay. Haha. Höh. Hm. Ach, kacke, Mann. Ach. 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 Weg, 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 weg. Ach, Mann. Der reagiert so lahmarschig. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Pff. Ach, Mann. Pff. 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 Man lässt sich doch mal meinen Fora Yoke aufladen. Pff. Oh, das ist gut. Pff. 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 Drecksack. Habt ihr das gesehen? So, das, das. Nein! Hahaha. So, das ist voll. Das, 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 das. Nein! Kacke! Kacke, kacke, kacke! So, jetzt nochmal. Boah! Nein, zu weit weg. Ne, doch nicht. Whoa! 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 Oh! Nein! Ich hab ja! Mösch! Mösch! Whoo! Nein! Nein! Whew! Na, ha, ha. Los, jetzt komm mal wieder hier rüber. Ja, ist ja gut. Ey. Na toll. Na toll. Scheiße, jetzt kommt der... Ich wusste es. Ah, nein. Na ja, schreien kann er ja... Schreien kann er ja gut. Ah, nein. Mann, oh. Mal wieder alle schon vor, ne? Warum der Geister jetzt auch bleibt, ist mir ein... Rätsel. Komm rüber. Ja, ist ja gut. Ja. Hallo, du sollst rüberkommen. Danke. Nein, soll es hierbleiben. Nein. Oh, Mann, schon wieder. Das war ein bisschen zu früh, mein Lieber. Und jetzt weg, 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 weg. Huh. Jawoll. Maximale... Ah, schön. Ich habe gleich gewusst, dass ich dich nicht besiegen kann. Nimm Barsan mit. Schön. Freund, und damit mache ich hier Schluss. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde dir nicht mehr im Weg stehen. Halt Seki auf. Das ist das Wichtigste. Überlass das Rück mir. Normalerweise würde ich das nicht. Aber da du mir gerade eine gehörige Abreibung verpasst hast, habe ich wohl keine andere Wahl. Ha. Bis dann, Ren. Na, natürlich. Immer diese geilen Kontexte hier. Ja, Freunde. Und wie ihr sicherlich gemerkt habt, ich bin aufgestiegen. Auch nicht nur hier bei Shaman King, sondern auch bei YouTube. Ich darf nämlich jetzt länger als 15 Minuten Radio aufnehmen. Ja, Freunde. Schöner Götter Funken. Ähm, dazu wird aber jetzt gleich nochmal ein ausgiebiges Let's Info folgen. Und, äh, ja. Da mache ich hier Schluss. Ich muss ja jetzt nicht mehr auf die Uhr gucken. Hehehe. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Tag wieder. Bis dahin. Hoppla. NRW war 18. Adieu.